Eins, zwei, drei, vier. Soll ich loslegen? Hören Sie mich? Can you hear me? Ach, da ist wieder so eine Zuschrift. Übrigens, Herbert Reul, CDU. Schlaue Frage. Nee. Irrtum. Und das mit der Justiz in der Vergangenheit stimmt. Übrigens, damals war der Justizminister Herr Kutschaty, der jetzt alles besser weiß. Die Jugend von heute taugt eh nicht zum Polizeidienst. Das ist ein Irrtum. Ja, da ist aber irgendeiner auf dem falschen Schirm oder hat die Zeitung falsch gelesen. Wir sind noch lange nicht fertig. Es ist noch wahnsinnig viel zu tun. Fünf Jahre waren dann wahrscheinlich doch zu kurz. Also, 15. Mai, beide Stimmen für die CDU. Wir machen, worauf es ankommt.